An die Arbeit, auf die Plätze, fertig, los! Drei, für uns zwei, ja, für uns zwei. Komisch sich zu porträtieren, ist fast wie sich duellieren. Nur das Mann statt zur Pistole, zur Kohle greift. Warum seufzt du? Weil ich seufzen muss, hier die Strähne, ja, die ist ein bisschen zu willig. Hoffentlich heißt es nicht dann zum Schluss, jede Ähnlichkeit mit Lebenden ist zufällig. Nur einen Blick, warum ich komm vor Neugier um. Was, das soll meine Nase sein? Wieso, ist sie zu klein? Das wär' egal, sie ist zu schmal. Hätt' ich, liebe Anneliese, eine Nase so wie diese, sprech' ich ganz verschnupft. Und was passiert? Na? Ich wär' nie mehr engagiert. Also gut, ich mach sie weiter, hier vielleicht ein wenig breiter. So ist's gut, ich merk's daran, dass ich wieder atmen kann. Wie befreit, wie befreit, unser Streu. Unser Streu ist die schöne Malerei für uns zwei, ja, für uns zwei. Liebe Freu, unser Streu ist die schöne Malerei für uns zwei, ja, für uns zwei. Zwei Genies heißt das voll, beendet. Wie man's dreht und wie man's wendet. Meins ist nicht voll, es ist beendet. Dies Bild, es ist jetzt auch ganz schön, wie noch kein Auges je gesehen. Und nein, nun ja, ganz interessant, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Fehlt nur das Tüpfel auf dem I, der wird den Namenszug. Und jetzt ist's genug. Zug, geschafft, geschafft und nicht mal unter Schmerzen. Geglückt, geglückt und es fällt ein Stein vom Herzen. Da kann man sagen, was man will, ein Beisterberg ist. Kann nicht mal sehen, na gut, na schön, schau her, du bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Merci. Vielen Dank.